Jemand hat einen Tode umgebracht. Am 4.3. ereignete sich auf der Kreuzung XY eine schreckliche Tat. Aus bisher noch ungeklärter Ursache wurde eine Benjamin Blümchentorte überfahren und dabei getötet. Die unbekannten Täter begingen Fahrerflucht. Die Polizei ermittelt noch und sucht dringend nach Augenzeugen. Falls Sie etwas gesehen haben, melden Sie sich bitte umgehend beim Polizeirevier hinter Dupfingen.